Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag. Heute ist der 19.11.2020. Es ist 8.49 Uhr und ich habe bis um 8 geschlafen heute. Ja, und ich starte jetzt gleich in einem neuen Tag. Beruflich zumindest, aber auch privat. Heute ist der Release der PlayStation 5 in Europa. Sie war schon ausverkauft, ist auch noch ausverkauft. Mal gucken. Heute sollen wohl hier und da nochmal kleine Kontingente freigegeben werden. Vielleicht hat man Glück, aber wenn ich mich an die letzten beiden Anstürme erinnere, wo man Playstations bestellen konnte, wo dann die Shops nicht mehr gingen, wo die Seiten nicht mehr geladen haben und man immer auf eine Fehlerseite kam, weil die Server völlig überlastet waren, schätze ich mal, dass meine Chancen heute auch nicht so groß sind, eine PlayStation 5 zu ergattern. Ich werde es versuchen, aber ja, wissen tut man es erst, wenn es geklappt hat oder auch nicht. Gestern habe ich Plätzchen angemalt mit Schokolade. Ich habe 100 Gramm weiße, 140 Gramm Vollmilch und 140 Gramm Zartbitterschokolade verwendet und die auf den Plätzchen verteilt. Es sind jetzt auch alle Plätzchen, die ich gebacken habe, also alle 8 Kilo mit Schokolade versehen. Und ja, heute werde ich noch die Rewe-Plätzchen backen, also diese Teigrollen, die man fertig kaufen kann. Das sind auch nochmal 3 Kilo. Und dann werde ich das alles nach und nach verpacken, in kleine Tütchen packen und in Kartons und schon mal Schokolade und Tee und was weiß ich alles dazu schmeißen, um das dann pünktlich am Montag, vielleicht aber auch schon am Samstag zu verschicken. Mal gucken, mal schauen. Ja, Samstag ist Showbacken, das heißt, da muss ich noch ein bisschen Zutaten kaufen für vegane Plätzchen. Und ich werde auch versuchen, Nadine zu erreichen, dass ich vielleicht diesen Sonntag oder nächsten Samstag mal wieder zum Mecken trimmen gehe. Also, dass die Haare wieder mal geschnibbelt werden. Da werde ich ja gleich mal was schreiben. Und ansonsten ist heute um 17 Uhr Stream. Wir spielen heute Days Gone weiter. Ich weiß ja nicht, wo ich stehen geblieben war letztes Mal. Ich glaube, wir haben Busa gesucht. Aber nee, der war ja schon zurück, oder? Oder war das die letzte Szene, wo Busa da besoffen vor der Horde stand und uns fast beide umgebracht hat? Ich glaube ja, ne? Naja, da geht es heute auf jeden Fall weiter. Und der Stream gestern bei Buffer, echt schön. War sehr angenehm, entspannt und sehr viel Text. Sehr sortiert in Form der Hintergrundgeschichte. Also, es geht ja um so eine Behörde und da gibt es dann ganz viele Dokumente und Papiere und Bestimmungen und Regularien. Wunderbar. Und es sieht echt interessant aus. Hier und da ein bisschen abgefahren und abgedreht. Das ist vielleicht so ähnlich wie mit Death Stranding, dass man da so ein bisschen nicht weiß, was ist denn hier eigentlich gerade los? Was passiert hier eigentlich? Aber ich finde es trotzdem grafisch sehr schön und so von der Aufmachung her auch gut gelungen. Und jetzt mal schauen, wie es da am Sonntag weitergeht. Also gestern war auf jeden Fall ordentlich was los. Es gab auch ordentlich Action. Ja, hat mir gefallen. Hat mich ein Stück weit auch nochmal durchs Plätzchen bemalen begleitet. Und dann habe ich, glaube ich, noch zwei, drei Runden Fortnite gespielt, während ich den Stream guckte. Und irgendwann ab neun habe ich dann, ja, Spielerei ausgemacht und war auch schon ein bisschen müde, muss ich sagen. Also, ja. Gut, das ist es von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Kommt gut durch den Tag. Vielleicht sehen wir uns nachher beim Streamen. Ansonsten sehen wir uns morgen beim nächsten täglichen Vlog hier auf diesem Kanal. Und bis dahin eine schöne Zeit. Und kommt gut durch den Tag. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.